Es ist das wahre Chaos. Deutsche Expedition, schwedisches Schiff, norwegischer Kapitän, russische Crew und zwei Engländer. Die Archäoloa auf Abenteuerfahrt in der Artis. Es gibt auch die Theorie, dass wir alle von den Sternen stammen. Das reicht. Es gibt leider keine guten Nachrichten. Heute früh um 5 Uhr ist Deutschland in Polen einmarschiert. Wir waren schon fast beim Dessert und jetzt sind wir Feinde. Das ist hier keine Frage der Politik. Hier geht es darum, Leben zu retten. Als Schwede bin ich neutral. Das macht Sie vermutlich zum gefährlichsten Mann auf diesem Schiff. Das macht Sie vermutlich.